Voraussetzung, wer 40 Jahre durchschnittlich nicht mehr als 2.100 Euro pro Monat verdient hat, bekommt im Jahr 2030 eine Rente, die unterhalb der Armutsgrenze liegt. Das sind 840 Euro. Eine gesetzliche Rente auf Hartz-IV-Niveau, das droht in Deutschland künftig vielen. Dass die gesetzliche Rente nicht mehr für den gewohnten Lebensstandard reichen wird, war klar. Aber Recherchen und Berechnungen des WDR zufolge wird sie fast 50 Prozent der Arbeitnehmer wahrscheinlich nicht einmal mehr vor Armut schützen. Entscheidender Grund dafür ist das schon seit langem sinkende Niveau der gesetzlichen Rente. Von 2030 an soll es auf bis zu 43,5 Prozent des Durchschnittslohns der gesamten Lebensarbeitszeit fallen. Beschlossen hat das schon vor vielen Jahren die rot-grüne Bundesregierung von Gerhard Schröder. Durch die WDR-Berechnung werden nun Folgen erkennbar. Der Prognose liegt eine Betrachtung zugrunde, die sich auf den heutigen Arbeitsmarkt und die Verteilung der Bruttoeinkommen stützt. Wenn man annimmt, dass diese Verteilung in den nächsten Jahren weitgehend stabil bleibt, dann verdient heute ein Großteil der Beschäftigten zu wenig, um später eine höhere Rente zu bekommen. Ökonomen verschiedener Denkschulen legitimieren diese Betrachtung. Zum Beispiel Werner Eichhorst vom Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit. Es ist immer eine ganz plausible Annahme, von relativ stabilen Strukturen erstmal auszugehen. Und ich denke, dass ihre Szenarien so im Großen und Ganzen schon dem entsprechen, was man tatsächlich für die nächsten 15 Jahre erwarten kann bzw. muss. Also insbesondere doch größere Probleme bei der Sicherung des Existenzminimums allein aus der gesetzlichen Rente heraus. Also da sehe ich auf jeden Fall ein großes gesellschaftliches Thema erwachsen. Und das, obwohl der Arbeitsmarkt derzeit in guter Verfassung sei, mit wenig Arbeitslosigkeit und einem hohen Anteil sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. So sieht es auch der Bremer Wirtschaftswissenschaftler Professor Rudolf Hickel. Die Rechnung, die Sie gemacht haben, geht ja von sehr optimistischen Annahmen aus. Beispielsweise nicht davon aus, dass sich die Arbeitsmarktsituation in Richtung von prekärer, schlechter bezahlter Arbeit verschärfen würde. Das ist also eine sehr ruhige, zurückhaltende Annahme. Und umso wichtiger ist das Ergebnis. Also das Ergebnis ist wirklich dramatisch. Das sinkende Rentenniveau ist ein Grund für die drohenden Armutsrenten. Es gibt weitere. Niedrige Löhne, die hohe Zahl Teilzeitbeschäftigter, sowie der wachsende Anteil von Minijobbern oder Soloselbstständigen am Arbeitsmarkt. In all diesen Gruppen ist das künftige Armutsrisiko im Alter den WDR-Berechnungen zufolge massiv. Daran ändert auch die staatlich geförderte private Altersvorsorge, genannt Riester-Rente, wenig. Denn wer wenig verdient, legt erfahrungsgemäß auch wenig auf die hohe Kante, Förderung hin oder her. Und tatsächlich sorgt nur ein Bruchteil aller Arbeitnehmer per Riester-Vertrag überhaupt privat fürs Alter vor. Wenn die Rentenhöhe also wie geplant bis 2030 weiter sinkt, dann werden in Zukunft viel mehr Menschen in Deutschland im Alter arm sein als heute. Denn nur wer 40 Jahre lang ohne Unterbrechung mindestens 2100 Euro brutto monatlich verdient, bekommt mehr als eine Rente auf Hartz-IV-Niveau.